Roger, Karin gegen Baisen. Bin ich gespannt. Das letzte Mal, wo sie aufeinandertroffen sind in One Damage, hat den Dino ziemlich zerlegt. Gutwin hat er nicht zerlegt. Die letzten Male. Dino ist über fast alle drüber gefahren. Ich weiß nicht, dass irgendeiner ihn gechallenged hätte bis jetzt. Ich frage mich also, ich glaube ich behaupten, momentan Dino ist der Beste unter uns. Mit Abstand, ja. Ja, nicht so groß. Oh ja, ich glaube schon. Na ja, ja. Wer kommt nachher? Erz. Roger. Er hat die besten Skills, auf jeden Fall. Und auch die meiste Erfahrung mit dem Game. Roger hat ebenso viel Erfahrung mit dem Game. Aber nicht so gute Skills, finde ich. Aber meine 2 Cents. Wir haben auch Maeve, der ist auch schon super Gold, ist auch lang. Das war schon einiges. Ja, es war erste Platz, doch mal. Ja, Maeve ist ja auch gut. Du musst das Spiel nur kennenlernen und man hat es erklärt. Schade auf 1st Strike. Schade auf 1st Strike. Oh, vierte Senna, was geht's? Ich habe gehört, Deutschlands bester Weger. So. Ich habe ein bisschen gechockt mit den Namen. Ja, ich habe auch nichts gemacht. Aber wir haben Dino gegen Roger. Das war eine Art von. Oh, dropp. Oh, er ist der Weger übrug. Und an ali. Ja, ich weiß, ich weiß. Und an erlebt. Aber ich habe mir ehrlich gesagt, die in Europa keinen guten Wege angesieden. Ich sehe generell wenig Wege aus eigentlich. Ja, eigentlich auch. Und wird auf dem Anheben. Nicht wirklich einer Einfall. Wir auch nicht, ehrlich gesagt. Also im Mainfeld ist Rekhetzung, Fresh Metroid. Einer ist Japaner und der andere ist Afganer. Jedem auf zwei, back to the 90. Und durch Standing Hardkick gibt es selbst Hardkick. Und der ganze... Oh, Roger, was? Roger, Roger ist relativ brav. Das ist... Der spielt sie ja. Schönen Armbatsch, der gut vom Wort. In der Mix-Up, der ist Mix-Up. Wake up, wirklich. Oh, geht sich hinaus. Der ist einfach. Der Schaden. Abnormal. Ich dachte, das geht sich nicht aus. Round 2. Ja. Point. Wenn der Gegner einspricht. Warum? Ja, es ist halt das Scaling da. Was? 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 Das macht einfach schnell und genau. Ja, ja. Wake up on. Wake up on. Wake up on, sehr cool. Welcome to the game. Ah, aber es wird sich sehr bald etablieren. Es wird sich sehr bald etablieren. Es wird Tag geben. Leute werden sich darauf einstellen. Wake up on. Wake up on. Wir freuen uns nicht auf uns. Nein, ich finde es viel zu riskant eigentlich. Tag? Nein, eigentlich schon mal da. Trash counter fressen. Ist brutal in der Game. Stun. Stun. Oh, nice. Er holt sich davon. 1, 1, 1. Schau. Die Gesichter im Spiel. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Serious move, serious move. Serious move, serious move. Serious move. Ja. Top 1. Top 1. Top 1. Schaden auf 2. Top 2. Dino ist gefährlich. Oh. Oh. Beute. Hattel über Jamf. Reset. War nicht dreaded. Oh. 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 Nice corner pressure. Oh. Oh. Roger hat sehr brav gespielt. Die corner pressure war real. Die schwargelnd ich verfehlen fünfmal. Ja. Ich finde das sind schlimm. Die Mitte timings passen nicht und deswegen Neutral Jump und Japs werden zu wenig bestraft. In ein paar Wochen. Ich will es anders aus schauen. Wenn man drückt in die Crash-Contra-Combos kriegt man so viel Schaden, das wird man nicht bewahrt. Also selten. Aber das ist auch das Schöne an einem Spiel. Das Leben, das entwickelt sich mit den Spielern und mit den Gewohnheiten der Spielern. Auf jeden Fall. Eigentlich fast jede Woche. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Nach einer Weile wird irgendwann vorbei sein und Waker machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zu weit für den Meoke. Oh, ich bin ja gut für Schaden, aber er darf nicht nicht blocken nach seinem Dash. Er hat zwar grau ins Bild, aber... Er hat natürlich auch noch einen Schaden. Ich finde meistens auch mehr Recoverers in Dash. Ich habe dafür das Ende. Ja, ja. Ah, okay. Erster ich. Oh! Er wird dann super gehen, ja. Weitere. Weitere. Na, meistens ab 1000. Killt du noch nicht? Er kann nicht. Killt. Und du hast nicht eingeschlagen. Du hast nicht eingeschlagen. Ach, aber. Meine Menschen. Ja. So. Round 2. Ja, ja schon. Ich hab nach... Ich hab... Evil Rio oder wer? Welches? Ja. Gut. Alle Spieler respektieren sich. Ja. Oh, schön. Nach vorne. Nach vorne. Quasi einen Rücken. Nach vorne. Neutral Jump. Wieder den Worten. Trost dich selber ab. Okay. Oh, schön. Neutral Jump. Dino macht zu wenig Mietes gegen Bass. Er hat kein Reversal. Solange er nichts super hat, kann er nichts machen. Er sollte ständig Mietes. Ja. Also fast. Ja. Weil es ein Roger, Waker Button und Neutral Jump viel zu viel. Ja. Ja. Er kommt. Er kommt doch bitte. Oh. Oh. Da haben wir ihn. Oh. Er droppte. Oh. Oh. Das Zwift. Oh. Boot. Der beste Button in mir. Das Boot. Das Boot. Das Boot. Das Boot zu der Stomach. Oh. Malik. Suplex City. Du bist unser Malik. Malik. Ja. Hallo. 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 Hallo Malik. Hallo. Hallo Malik. 95. Ist das der Geburt? Vielleicht. 95. Hallo. Hallo. Infra David. Hallo. Hallo. Stun. Hallo. Stun. Oh. Schon kein Kopf. Aber dafür vorne. Vielleicht haben sie. Ja. Stun. Oh. Das war nett. Eigentlich. Mit Sison Kicks über den Körper drüber. Der Kluckstint. Oh. X. Nice. Hello. Hallo. Hm. Ja. Das ist der Fall. Oh. 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 Keiji. Wir sind Kommentatoren. Ja. Also das sind meistens die Leute, die beim Stream sitzen und dann sagen, was passiert. Ah. Ja. Das ist gut. Wir sehen uns mit euch. Ich bin nicht unbedingt zu. Ich bin schon schnell aufgeladen. Es tut gut. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich bin versuchbar. Ich habe nicht nur einiger Bewerber zu îl. Aber du kannst mir nicht los. Während das einiger Klapp. Und der ist mal lebendig. Oh. Ich bin so schwach in die Schraub. Ich bin nur ein Update. HALT PUNCH! Sehr solide. Dino fährt sich durch seine Haare. Die wenigen wie er hat, so wie ich. Das sind die Kommentatoren mit Dominik im Hintergrund. Schau, ich habe auch so wenige Haare wie Dino. Noch weniger vielleicht. Ich habe noch mehr. Ich hoffe, das bleibt so. Du, Dominik, auf der PSN Plus. Oh, keine Ahnung. Hand hier. Nice Schulter. Das fühlt sich, glaube ich. Ah, KG Professionell. Na ja, sagen wir so, ambitioniertes Hobby. Wir sind eine Community in Wien, die versucht, etwas zu tun. Wir geben uns wieder. Okay. Oh, Crush Counter. Mit We-Trigger. Oh, hinter Gimmicks. Dino spielt zurück. Dort gibt es jetzt viele andere. Oh, er hat gedacht, dass er die schnelle Backrunning Legend machen hat. Das war nämlich schön von Dino. Ich Hab geglaubt, dass er nicht Quickrug Par Storage zặashi wird. Dann hätte dieser, dann hätte der meGuetta gut angommen. Jawohl mit der Mieting gemacht werden. Ja. Schönes Setter hier. Okay. Da hätte er wahrscheinlich mehr. Aber leider nicht konfrontiert. Du, schöner Backjump. Au, droppt hier. Den Just-Fram. Au, Crash-Counter! Hier bekommt die Ecke. Nur ein Death-Row. Lieber Death-Row neben mir, als der Crash-Counter. Ja. Usana. Nein, ein Ticket für eine Busfahrt, nicht? Okay. Nope. Ah, kein V-Skill. Da wäre V-Skill V-Trigger super gegangen. Ja, aber... Von der Range her ist das manchmal... Zu viel Risiko. Lieber die Ressourcen. Ja, V-Trigger kann man trotzdem tun. Ja, V-Trigger schon. Danke, Frau. Danke, Frau. Danke, Frau. Weißen hat gevoxt die, aber was in den Musik wie der Ecke? Ich kann mich noch erinnern, in den ersten 2-3 Wochen das Spiel sei cool. Das ist gut. Das ist gut. Das macht der Ecke. Aha. Das macht der Ecke. Aha. Oh, schön. Ja, ein schöner Witch-Bank. No. Der Rush-Counter. 2-3. Keine Blocks von Dino. Nicht so free wie letzte Woche. Oder vorletzte. Final round. Let's go. Oh, Busfahrt. Let's do it. Ja, kein Psycho-Crusher mehr hat. Das leid, die Busfahrt. Okay. Wir kicken verletzt nicht. Sweep punish. Sehr schön. Waker-Bug. 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 So lange es funktioniert, so lange die Leute nicht wissen wie es geht. Nice. Oh, der Schander. Ich sehe nicht aus. Karakon Flangen. Setup. Nice. Super. Super. Meter Spann. Meter Spann. Live Lead. Sehr schön, sehr schön. Roger das Gesicht. Match Points. Match Points. Oh, nice. Oh, fuck you. Bro, bro. Wir haben einen Backthrow. Wir haben fast einen LK am Gerst. Schein, schein, LK. Gut. 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 Gut, wir kommentieren anderen Alpha. Kein Respekt Leute. Kein Respekt Leute. Negos ist da, jeder glaubt ihr ist Alpha. Ja, ja. Wir sind die Leute, die sich die Zeit nehmen. Wir sind die Shit-Talker. Was dann? Mass. Ja. Final round. Ja. Schau wie viel Boki gelandet, ja? Schau wie viel 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 gelandet, ja? Es ist immer nice, wenn es die letzte Runde ist. Ja, letzte Runde ist die Smash-Klee-Bass. Letz-Ange. Letz-Ange. Kannst besser-Gain. Reversal. Oh. Oh, Kanata. Oh, Trotz-Time! Going ham. Fucking bass. Und jetzt wieder. Okay. Nice. Gute throw. Wake up up. Dino lässt ihn. Okay. Okay. Z2. Final round. Plus. Oh. Ja. Roger holt sich's. Wahnsinn. Hätte ich nicht geklaut. Roger holt sich. Solide. 3-2. Das war's gut. Dino! Dino, Rele bitte! Rele! Rollo bitte! Ich muss leider sagen, bis zu weit. Ich muss leider sagen, bis zu weit. Jamen.